Einen wunderschönen guten Tag und Mahlzeit, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder zurück bei WoW. Ich hab keine Ahnung, wo wir das letzte Mal waren. Ich hab keine Ahnung, was uns jetzt hier noch bevorsteht. Wir sind 27, okay. Und haben kaum XP. Nice. Ehm, boah, wie sieht denn das? Genau, wie sieht's denn hier aus? Oh, schau fast, Stufe 1. Wow. Wow. Also müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall Stufe 2 kriegen. Naja, knapp Hälfte ist ja, wow. Genau, die beiden. Oh, 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 oh. Wow. Der ist halt nie online. Nehmen wir denn jetzt ab und gut, ist ja das ein bisschen doof. So, wie sieht es denn hier aus? Haben wir irgendwas, was da rein kann? Nicht so direkt. Was haben wir denn hier überhaupt gemacht? Genau, alle, ach so, ja, das fehlt ja. Also auch nicht so erfolgreich. Okay. Oh. Oh, jemand sortiert, das ist aber schön. Genau, Rezepte und, oh, hier hat auch jemand sortiert, ja, cool. Aber teilweise verdautes Fleisch ist doch eigentlich Müll, oder nicht? Keine Ahnung. So, da ist auf jeden Fall einiges am Start. Wie sieht hier aus? Jede Menge Stoff, ein bisschen Ledergedönse. Genau, der ganze Kappes. Was hier mit los ist, keine Ahnung. Oder hier unten mit dem komischen Staub. Ich hab keine Ahnung. Aber. Wird schon klappen. So, irgendwas für die Gilde kaufen können wir ja nicht, ne? Wie sieht es denn hier aus? Kein Hut. Kein Hals. Kein Hemd. Kein Schmuck. Au, 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 au. Hm. Da ist der Gildenmeister. Ne, ne, das brauchen wir nicht, weil das haben wir ja alle schon. Ein bisschen den Sound hochdrehen. So. Siebter Platz, achter Platz, erstmal nicht so. Ja, das sowieso nicht. Das kann ich, achso, ja genau, das kann ich also nicht kaufen. Acht Stunden Abklingzeit, jawohl. Vier Stunden. Zwei Stunden, das musst du einfach alle nehmen, geht wahrscheinlich nicht. Der Gildenpage. Ja. Can I buy you? Gild, was heißt? Allianz Slayer. Schlichte der Allianz. Wow, also muss ich erstmal gucken. Den kann ich dann wahrscheinlich auch nicht kaufen, ne? Profitsharing plündert vor... Alter, 100.000 Gold, ja, wow. Den hier. United Nation. Erreicht bei 55 Fraktionen. Ah, ja, genau. Was fehlt hier? Gattak geht... Töte 50.000 Kleintiere. Ist klar. Besser, wie der dort war anhaben. Gilden Level 10... Oh, komm schon. Ich hab gedacht, das wird jetzt gehen, weil halt, ne? War halt jetzt da. Was brauchen wir hier für? Gilden Level 20, ja. Auf jeden Fall, was ist das hier? Das geht auch nicht, was brauchen wir dafür? Ja. Drachen Zone. Ja gut, dann kaufen wir wohl halt nichts. Okay. Ist okay. Aber ich würde sagen, wir gehen mal einmal ganz fix in die Auktion. Mal einmal kurz gucken, was da so abgeht und ob wir da irgendwas finden. Aber hier... Valili habe ich auch schon lange nicht mehr online gesehen. So, Rüstung, Leder, wir sind bis 30. Wow. Ernsthaft? Du für 25 bis 30. Alter, dein... Scheiß, ernst? 50k. Für... Für so eine Rotze. Ah, ja. Das würde uns auch nicht mal was bringen. Hier, der wäre doch schön. 10-Beweglichkeit. Aber ganz ehrlich, da finden wir, glaube ich, selber was Besseres. Ja, und dann geht es direkt hier wieder weiter mit Stufe 40. Wow. Mhm. Ernsthaft, wir haben den an mit Ausdauer und Intelligenz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich merke, wir sind ja bestens ausgerüstet. Wow. Wow. Und sagen die Hände. Ähm, 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 wow. 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 Ähm, ähm, verschiedenes. Schmuck. Klar, benötige Ingenieur auf jeden und dann geht schon wieder Level hoch. Das ist natürlich... ...ein Traum. Mhm. Zwei Mana pro fünf Sekunden ist auf jeden Fall genau das, was wir brauchen. Hemd. Gibt es da irgendwas Interessantes? Nö. Wow. Halt's. Wow. Wow. Na, das war ja sehr erfolgreich. Ähm. Ja. Als allererste Slash fünf. Fünf. Neute Gildesucht und member Slash W. Sit. So. Wunderbar. Das haben wir jetzt auf Steuerung V. Ähm, wir waren Level 27. Ähm. Oh, ganz ehrlich. Die... ...ganzen... ...Kack-Quests hier. Nein, das eine wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen, aber ist jetzt auch egal. Ist mir jetzt auch gerade völlig Wumpe. So, nördliches Schlingdorn-Tal. Wo haben wir denn das nördliche Schlingdorn-Tal? Steinkappen. Wir könnten auch einfach hier in das... ...Sonnenfels-Steinkrallen-Gebiet. Ja, dann gehen wir wohl da hin, würde ich sagen. Weil da haben wir... Haben wir jetzt hier? Genau, Archäologie haben wir. Wunderbar. Hier fehlen zwei. Warum? Egal. Ja, 30 bis 35 ist ja... Was jetzt hier mit ist, muss ich mal gucken. Ansonsten hauen wir die bald mal weg. Hüpf. Ah, schön auf den Wolf. Jawolleck. Ja, irgendwie... ...was anderes haben wir auch nicht mit oder was zum Buffen haben wir ja auch nicht. Schade, schade. So... So... Konnten wir hier nicht? Bei irgendeinem? Nein, bei dem nicht. Bei dem auch nicht, okay. Bei dem auch nicht. Ich dachte, wir könnten hier bei irgendeinem die Tiere mal ausmisten, die wir haben. Aber geht wohl auch nicht. So... Da gehen wir hin. Wie sieht's denn überhaupt hier mit den Tieren aus? 9, 8, 8. Wunderbar. Alle volles Leben. So, in die Richtung haben wir... Kaninchen haben wir schon. Okay. In die Richtung haben wir... Ja, haben wir hier Dingenskirchen. Das Ausgrabungsgebiet. Und da möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne mal kurz hin. Da möchte ich gerne hin. 25. Na, das sollten wir ja eigentlich schaffen, ne? Oh, easy. Wir müssen auf jeden Fall weiter nach links. Oh, da kriegen wir wahrscheinlich auch hin. Oh, wow, wow. Sei ruhig da draußen. Wir müssen da unten hier. Irgendwo soll ein Weg sein. Ein Stück, da müsste ein Weg sein. So halb leicht links. Müssten wir hin. Da so. Oh, wie kommen wir denn da hoch, ey? Wahrscheinlich nicht von hier. Vielleicht da vorne irgendwo? Ach, hier. Okay. Cool. Hier ist also... The Weg, that we are looking for. Ruinen. Sehr cool. Jetzt geht er drauf. Danke. Ähm... Oh. Die hier sind alle gelb. Okay. Rot. Dann. Dann. Das brauchen wir nicht. Du musst auf jeden Fall auch noch dran glauben. Du bist ein roter, du musst weg. Fein. Oh, noch ein bisschen Stoff. Alles gut. Gut. Die hier lassen wir alle mal leben. Weil die müssen wir jetzt nicht unbedingt... ...ummetern. Weiter in die Richtung rot. Okay. In die Richtung gelb. Okay. Okay. In die Richtung grün. In die Richtung noch mehr grün. Das heißt, hier könnten wir es jetzt so langsam... Ja, ist es. So, weiter geht es in die Richtung mit rot. Rot. Okay. Die Richtung gelb. Die Richtung grün. Komm, sei ruhig. Keine Zeit für sowas. Da haben wir es. Das heißt, hier geht es in die Richtung. Okay. Die Richtung rot. Dann laufen wir nochmal noch ein Stück weiter. weiter. Tschüss. Immer noch die Richtung rot. Ach da. Das habe ich gar nicht gesehen, den kleinen Drecksack hier. Hier kommt jetzt hier aber aus allen Löchern, können wir das? Immer noch die Richtung rot. Rot. Das Viech könnte ich mir vom Prinzip her, glaube ich, auch tamen. Die Richtung rot. Okay. Jetzt geht er drauf, danke. Nee. Die Richtung rot. Ja, genau. Klar, schickt mich hier volle Möhre in die anderen Reihen. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Sehr, sehr, sehr nett. Die Richtung rot. Wow. Aber ich würde sagen, den Rest der Suche und auch hier das Tierchen machen wir in der nächsten Folge. Haut rein, tschau tschau.